Geil. Mal gucken, was wir da noch alles schönes kriegen jetzt. Ja, okay, modifizierte Kettenteile. Produktionsstufe 2. Viermal, Alter. Achtmal. Holy shit, das hat sich gelohnt, glaube ich. Oh, da liegt noch ein Hobby-Roboter. Was? Rucksack ist voll. Ernsthaft? Was schmeiß ich denn mal weg? Ach komm, den Kupferschrott, ganz ehrlich. Nein, er ist despawned. Fuck. Wollt ihr es noch mitnehmen? Ja, irre. So, speichern. Cool. Da ist auch noch ein Schiffchen, aber ich glaube, wir haben nicht mehr so viele Granaten, um nochmal irgendwie einen weiteren Angriff zu starten. So viele Granaten haben wir auch nicht mehr. Haben wir denn überhaupt noch für die 8 Schuss haben wir noch für den Granatwerfer? Platz haben wir auch nicht mehr so viel im Inventar. Ich meine, wir können unser Schiff mal eben hier hinrufen. Das können wir mal eben machen. Und speichere ich nochmal eben schnell. Ähm, eine Wand mit Tür, die in großen Räumen ab... abgrenzt. Muss in unteren, vertikalen Rahmen platziert werden. Okay. Aber schön, dass wir schon mal hier wieder ein bisschen haben. Wir brauchen aber, wie gesagt, wir brauchen unbedingt Eisenbarren. Und nicht Kupferbarren, sondern Eisenbarren. So, wir haben noch dreimal Rüstung. Wir wollten ja, äh, was wollten wir denn gebaut haben? Wir wollten unsere Raffinerie ausbauen, ne? Das war ja unser Ziel. Was passiert eigentlich, wenn ich hier drunter stehe? Na? Äh, Ich hau mal eben alles schnell hier rein. Ist ja, ist ja kack, egal gerade. Nein, Granaten nicht. Opsa, wir haben erstmal alles raus. Stapeln. Das kann auch rüber. So, stapeln. Okay. Dann würde ich sagen, können wir noch mal ein paar Granaten herstellen? Kupferschrauben fehlt uns. Ernsthaft? Jetzt fehlen uns Kupferschrauben. Haben wir sonst noch was dafür? Kupferrohre. Okay. Dann haben wir wahrscheinlich auch keine Kupferrohre mehr, ne? Super. Geil. Ich stelle noch mal ein paar her. Die sind gar nicht mal so schlecht, ne? Können wir ja gut gebrauchen. Okay. Gut, so. Aber Frachtraum schon fast wieder voll, aber weil wir nicht sortiert haben, ist ja nicht schlimm. So, gut. Alter. Äh. Jo, bin schon da. Bin schon am Weg. Okay, dann schicken wir unser Schiff weg. Vorsichtshalber mal ganz schnell eben. Wo wurde der denn angegriffen? Wo ist denn der Robi? Oh, da. Oh. Da laufen sie. Trotzdem den Revolver noch mal ausprobieren. Einfach, weil... Okay. Vielleicht probiere ich doch nicht den Revolver aus. Alter, diese MP, die hätte ich auch gerne. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Die MP von denen hätte ich auch gerne. so. Alter, diese Hand mit der Granate. Großartig. So. Gut. Ähm. Wir wollten noch irgendwo hoch zum Schiff, ne? Da, vielleicht mal gucken. Oder... Oder da? Oha. Da ist voll die Truppe am Rennen. Vielleicht doch mal da drüben. Das sieht aus wie Forschung. Ich würde es riskieren. Ich speichere mal eben hier auch schnell, weil er gerade automatisch gespeichert hat. Ich hoffe, die Truppe von da drüben kommt jetzt nicht. Oh nein. Oha. Äh. Ja, gebt mir das mal, Alice. So, Granate in der Hand. Oder beziehungsweise hier mit der Acht. Nachladen. Na, komm her. Komm. Komm mal. Wir kommen hier nicht hoch. Das ist blöd. Oh fuck. Oh fuck, das ist nicht gut. Waren das alle? Alter. Ihre. Mit einem. Uff. Ich muss das noch mal ein bisschen mit dem Zielen üben. So, jetzt mal eben schnell Rüstung. Bevor die jetzt neu spawnen. Komm, mach fertig. Dann mit Acht nachladen. Okay. Ja, bin bei dir. So. Ich muss hier aufräumen. Das bringt sonst nix. Ich muss hier aufräumen. Hier ist auf jeden Fall kein Sport mehr. Doch hier. Okay, just a moment. Ja. Okay. Oh, keine Rüstung mehr. Nochmal neu anziehen. Also die normale Rüstung wird hier echt schnell verbraucht. Muss man einfach so sagen. So, dann sind die schon mal weg. Nice. Gut. Wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Das, das, das. Das, das, das. Immer noch keine Kupferbarren. Alter, ich dreh durch. Gut. Wir kriegen natürlich jede Menge Stuff. Das ist nicht das Problem. Und wir kriegen auch Kristalle. Uff, wo? Wo, wo? Hä, wo kam, wo kam der denn her jetzt? Ist da doch noch ein Spawn irgendwo? Ah, hier. Ah, hier. Ach, der wäre schon weg. So. Da ist noch ein bisschen was. Jo, Granat nehme ich mit. Alles klar. Aber ich muss alle Module zerstören, ne? Damit das hier wieder explodiert. So. Ciao. Und speichern. Jo, speichern. Ehre. So. Warte mal. Ist die 8 nachgeladen? Nein, wir haben gar keine Muni mehr für die 8. Okay. Dann würde ich sagen die 2. Ich hoffe, wir haben noch genug, äh, äh, Rucksackplatz. Wie viele Schiffe wir jetzt schon zerstört haben, ne? Ist ja der Wahnsinn. Alter Schwede. So. Und kein Platz mehr im Inventar. Das habe ich mir gedacht. Was können wir denn mal loswerden? Puh. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm. Na. Ich höre schon wieder. Bibo, Bibo, Bibo. Was können wir denn mal loswerden? Das ist alles eigentlich relativ wichtig. Lass uns die mal angreifen. Vielleicht schießen die uns die Rüstung ein bisschen runter. Jo, ich glaube ja. Alter, die Rüstung geht direkt runter. Huiiii. Ist schon wieder Silvester. Alter. Geil. Bin überlegen, ob wir den Eisenschrott nicht einfach mal weglassen. Weil ganz ehrlich, den brauchen wir doch tatsächlich nicht, ne? Komm. Den finden wir immer wieder. Und ich würde die Rüstung jetzt nehmen, weil die hat dann auch wieder Platz weggenommen. Dann können wir die nämlich aufsetzen. Zack. Mit der 2 grabe ich hier mal um. Hier. Und hier. Nice. Sehr schön. Das heißt, ich rufe unser Schiffchen. Mit der 7. Würde einmal speichern. Und würde sagen, wir gucken mal, dass wir... Wir haben ja eigentlich jetzt jede Menge Stuff. Wir haben auch Kristalle. Ob wir vielleicht doch ein paar Eisenwaren herstellen können. Ich meine, die wurden... Wurden die nicht mit Kristalle hergestellt? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Vielleicht können wir auch irgendwas aufwerten, weil wir jetzt so viel Technologie bekommen haben. Was hat er hier noch bei sich? Ach so, guck mal, schaut ja. Gut. Da hinten läuft auch schon wieder die Fraktion. Ach, die lieben Nachbarn immer. Guck mal, da unten sind sie auch schon wieder im Dörfchen. Bidu, Bidu, Bidu. So. Holy Jesus. So, ich tauch direkt ab. Denn ich möchte nicht länger hier bleiben erstmal. Hier tauchen wir ab. So, bevor wir nämlich hier gleich angegriffen werden. Das ist, glaube ich, immer die beste Taktik. Erstmal direkt weg, ne? So. Gut. Haben wir hier irgendwas für Munition eingesammelt? Ne, ne? Ne. Ich habe sie schon wieder gehört. Bidu, 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 Bidu. Ja. Wäre voll witzig, wenn jetzt hier einer auf dem Schiff wäre, ne? So. Dann stapeln. Okay. Das kann auch noch rein. Okay, super. So, dann lass mal gucken. Können wir jetzt? Nein, können wir nicht. Weil wir ja natürlich... Weil uns natürlich Dings fehlt. Ach, fuck. Weil uns ja das Modul fehlt. Das heißt, die Kristalle bringen uns ja im Prinzip erstmal gar nichts. Das ist natürlich blöd. Weil wir ja das aktive Modul brauchen dafür. Was wir ja nicht herstellen können. Kessel und so haben wir. Eisenschrauben wären halt noch lustig. Aber Eisenschrauben können wir nicht herstellen, weil wir dafür Eisenbarren brauchen. Und Eisenbarren kriegen wir nur, indem wir die Dings aufwerten. Aber wie soll man das denn machen? Das... Da muss man... Also müssen wir erst sammeln gehen. Verstehe ich das richtig? Also müssen wir erst... Also müssen wir weiter hoffen, dass wir irgendwo Eisenbarren herkriegen, oder? Ist das richtig? Sehe ich das? Sehe ich das richtig? Weil das ist ja die Ressource, die wir brauchen. Oder warte mal. Ne, Moment. Moment, hier. Ich bin so doof. Oh, und ich hab das weggeschmissen. Oh, uff. Oh, wir haben aber glaube ich noch was im Frachtraum, ne? Oh ja, Gott sei Dank. Oh, ich bin so doof. Natürlich durch den Schrott. Ah, oh Mann. Wieso bin ich denn immer nur so doof? Entschuldigung. Mann. Kack aber auch. So. Pass auf. Ähm. Ganz simpel. Ganz simpel. Klar, man stellt ja davon auch die Barren her. Das kann man ja später machen. So, das heißt, wir können jetzt eigentlich unser Modul gleich herstellen. Denn wir brauchen jetzt die Eisenschrauben. sechs Stück an der Zahl. Und jetzt brauchen wir dafür ein Produktionsmodul Stufe 2. Das stellen wir hierher. Produktionsmodul. Das war doch richtig, ne? Ne, Moment. Lass mich mal eben schnell gucken. Ah ne, aktiv muss es sein. Ah ne, aktiv muss es sein. Ein Produktionsmodul. Modul. Was, was ist das denn für ein Modul? Okay. Äh. Pro, pro, pro Produktionsmodul. Ah, hier. Dazu brauchen wir Produktionsdatenstufe 1. Okay, das müssen wir jetzt erst bauen. Produktionsdatenstufe 1. Produktionsdatenstufe 1. Hier. Stellen wir her. Haben wir. Das heißt, wir können... Achso. Ne, Moment. Muss ja hier drin sein jetzt. Hä? Produktionsdaten... Ah, nicht Stufe 2. Lol. Uff. So. Und dann müssen wir rausfahren, weil wir das ja nicht... Genau, das heißt, wir können das mal eben schnell machen. Wir sind aber auf der zweiten Insel, ne? Oder? Ja. Äh. Ich fahr mal eben, während der gerade produziert. So, irgendwo hier müsste, glaube ich, der Übergang sein, ne? Glaube ich, hier war der. Oder? Wo ist denn hier der Weg rüber? Hier. So. Du, 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 du. Äh. Todesgrube nicht. Ich, ich würde gerne, wo fahren wir denn raus? Hoher Pass, würde ich sagen. Da sind wir, glaube ich, erstmal in Sicherheit. So, dann düse ich mal rüber. Dum, 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 dum. Du, 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 du. So, das heißt, wir haben alles dafür. Und dann können wir dann dafür machen. Und dann... Gut, das haben wir ja schon. Haben wir einfach geklaut. Egal. Kohlekraftwerk 2 haben wir auch schon. Das Problem ist, wir müssen wahrscheinlich eh nochmal ein zweites Kohlekraftwerk bauen. Können wir sogar auch her... Ne, können wir nicht herstellen, weil wir Produktionsmodulstufe 2 brauchen. Was wir jetzt herstellen werden. Gut. Ich speichere nochmal eben schnell. Damit wir das haben. Uuua. So. Lassen wir es eben mal ausfahren. Und dann müsste das jetzt freigeschaltet werden. Ja. So, stellen wir es her. Können wir Kohle 2 auch herstellen? Nein. Okay, alles klar. So. Jetzt brauchen wir... Sechs Eisenschrauben. Oh nein, wir müssen unter Tage. Oho, der Vulkan. Oho, hoo, hoo. Gar nicht gesehen. Das wäre aber jetzt beinahe in die Hose gegangen. Okay. Man achtet da nicht so auf die Zeit da oben, muss ich sagen. Das ist manchmal irgendwie... Gut, das haben wir jetzt. Produktionsmodulstufe 2. Das müssen wir ja dann irgendwo einbauen, ne? Das ist ja, glaube ich, zum Einbauen gewesen, ne? Ja. So, wo haben wir denn die eingebauten Module? Sind die drüben, ne? Ja, hier. Was? So, das heißt, ich kann das entfernen. Das ist Stufe 1. Und dann füge ich 2 hinzu. Oh, 2 braucht 2 Platz. Was? Uff. Ach, du Scheiße. Ach, du Kacke. Das, äh... Ja, was will der denn von mir? Upgrade? Ja. Schön. 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 Ja, nee. Nein. Äh, äh. Ich speichere nochmal eben. Okay, dann bauen wir das mal eben weg. Nein, ich wollte hier eins machen und dann speichern. Alter, der Kacke. Was will er denn? Er nervt. Was willst du denn? Ja, hab ich schon gelesen. Danke. So. Können wir nicht anmachen, weil wir unter Tage sind, ne? Genau. So, speichern wir mal. Okay. Also geht das nach einer Reihe dann quasi. Okay.